Ich seh gar nix Jetzt glaub noch mal ein bisschen Ah ne Holzbretter Holzbretter sind da immer gut Da gehts irgendwo hin Oh da hängt aber eine Eine Kannst du runter nehmen? Ah ne Uhr Oh guck mal da unten Unten sind Babys glaub ich Äh dynamit Was Ja ich guck mal ob ich hab Ja ich hab noch Ich werf mal ein Sohn da Ah perfekt Müssten rot sein Wurf weiter hin Trau auch noch ein paar Oh jetzt hab ich dynamit Ah ich vergesse immer anzuzünden Das gibt's doch nicht Ah Oh der war nicht schlecht So ich glaube jetzt sind keine mehr unten Ah da hinten in der Ecke Da lungern glaube ich noch ein zwei Aber Die kriegen wir noch so weg Aber das mit dem dynamit war ganz nett Ja irgendwo liegt hier noch eine dynamit Stange rum weil ich die ohne anzuzünden runter Egal Egal Ach nein Warum der herkommt Schlafen die? Was macht der? Äh der war aber schnell tot Ja Irgendwie sind die irgendwie richtig schnell tot hier unten Mhm Weiß nicht Die haben aber die Killer Katana Schwert dabei Ja Was ist hier unten? Wasser Die Taucher ausrüstung Das wärs jetzt hier Ja das könnte sogar sein Das wär jetzt echt krass Ne 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 das ist sie nicht Die Höhle sieht anders aus Ja wir könnten aber Ah ne wir kommen da hinten wieder raus Oh ich kann über Wasser springen Yippie Äh Okay Wir können hier weiter Wir müssen noch drüber schwimmen Ah ja sehr schön Ich fahr mal auf die Karte Da drüben leuchtet es Ui da kommen sie von oben sogar Juhuu Noch einer Oh die sind aber sehr schwach hier unten Ja das stimmt Mal was in die Ecken schauen Nicht so übel Ah hier kann man auch tauchen dann Ich glaub hier gehts auch irgendwo cool In so einen coolen Ort drin Hier sind hier wieder welche Wow Babys und alles mögliche Ultra Gemetzel Da lohnt sich ja fast ein Feuer zu machen Können wir wirklich ein Feuer machen? Weil das würde sich anbieten Hast du alles platt? Wo auch immer er wieder ist Wo auch immer er wieder ist Wo auch immer er wieder ist Babys ne Kommst du auch wieder raus? Ah ok Er war kurz weg Da war er kurz weg War ich weg? Ja Ok bei mir stand Host not responding Ah ok ok Mach mal hier ein Feuer oder? Weil es lohnt sich so Ja ich So Sind wir da Achso ein Feuer hast du gemacht? Oh perfekt Denn ein Feuerchen Die Babys können wir da nicht rein schmeißen ne Wär ein bisschen makaber So So Hier Was zum Henker Ok Babys kann man die auch nicht nennen Ja ne Babys kann man die wirklich nicht nennen Das ist ne Lunge ne Das sieht ein bisschen krank aus Eine Lunge So Da liegen man Da kann man gar nicht reinlegen Ah jetzt Oh Ah meine Rüstung ist auch schon wieder fast weg Hast du einen Stoff? Ja Stoff habe ich Äh 44 Ja super perfekt Dann hau das rein Oh 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 So Und So So Ist jetzt Ja Taschenlampe Hab ich Okay So Okay Oh hier liegt ein Herz Nochmal ein Herz Ich habe schon eher gedacht ne Lunge Ja Ich glaube eher sieht hier nach Herz aus Das ist ein Herz Das ist ein Herz Das ist ein Herz Eindeutig Deine Stickys mitnehmen So Dann bleibe ich wieder hängen Oh was so Koffer Oh Koffer Ok Oh diese Uhren Oh die gehts wieder hoch Ok Dann schauen wir mal Und hoch und hoch und hoch Wir müssten wieder irgendwo welche Ah Hallo Drei Stück Ja aber die schlafen so ein bisschen vor sich hin heute Eigentlich schau mich nicht Ey müde Sonst ist nix Nö Ich glaube nicht Sieht mit der Maske auch aus wie Sido Ist ja unfassbar Oh 1,5 oder ne Ne doch nicht Das Ne Fehlt noch ein bisschen Crouching Holzbretter Ich glaube jetzt hier ein bisschen eng ja Ja Oh große Höhle oder? Ne Doch Oh hier gehts wieder runter Wir werden nie wieder rauskommen aber ok Oh Ah da kommt wieder eine Halle wo das so leuchtet Das kann sein Wo gehts hier rüber? Hier gehts auch irgendwo hin Ich folg dir mal unauffällig Ja Wenn wir runter gehen gucken wir mal hier ist Oh Oh Was ist denn das hier? Mach mal Licht Ah wieder die Schnipsel da Ah Die ich so gut mit meiner Grafik lesen kann Aber ich kann sie lesen irgendwie aber Stand irgendwie so ganz komisch dran War eh zu kurz Zum lesen Zum lesen Ah Wurzeln Oh hier gehts raus Mal gucken wir mal rauskommen Weil ich gleich mal ein Stickmarker hin Aha Oh ok Ah bei den Containern sind wir Könnten wir Münzen sammeln Ja Münzen Münzen sammeln Oh schönes Stück Gelaufen Ich mach mal ein Stickmarker hin Ja Welche Farbe machen sie denn? Äh Was haben wir denn noch nicht? Also weiß war ja bei uns Das was wir zerbomben müssen Gelb oder? Ja gelb ist gut Gelb ist gut Wir haben da hinten auch schon eine gelbe aber ich glaube das ist auch ein Höhleneingang oder? Ja Das kann man doch nicht kaputt machen oder? Ne Mit den Kisten hier kann man aber nicht viel anfangen Wir müssen hier überall mit Ne ja nur mit den dünnen mit den kleineren Auf leer Schläge Oh da kommt Da kommen sie wieder da hinten Hallo Hör voll disso mit dem Stein Juhu Aua Das ist ja ein Mädel Hi Mädel Götter Oh das sind aber einige Hallo Sind's schlecht oder? Oh der hat einen Molotow Böse, junge Böse, junge. Jetzt rennt sie weg. Ah, die andere rennt weg. Kommst du zurecht? Ja, ja. Bisschen Aggressionen rauslassen. Ja, was auch immer da steht. Hier liegt Cash rum. Kann ich mir nicht mehr Cash tragen? Ja, wunderbar. Wenn du so viel hast. Komm her. Komm her. Nö. Platine, Platine. Nee, doch nicht. Blöde. Blöde. Ja. So gibt es hier keine Coins. Normal liegen die immer hier irgendwo rum. Kleiner Blick unter den Schlübber. Hier liegt ein bisschen Geld rum. Also so Scheingeld. Ja, aber keine Münzen irgendwie. Irgendwie keine Münzen. Drecks Tennisbälle. Mich trifft er, ne? Ich kann 30 Mal versuchen. vor allem der wirft ja auch, Alter. Turtle Shield. Hm. Na, endlich. Aber immer noch keine Münzen, ne? Okay. Den oberen Container warst du nicht, ne? Ähm. Da ist glaube ich auch nichts drin, oder? Ich guck mal. Da, grad mal hier so Pfeil und Bogen mäßig. Ne, da ist nur ein so Gepäck drin. Ne. So Circuit Boards. Kann ich denn noch irgendwas, hoppla, pimpen? Zähne, ding, 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 das ist voll. Das ist okay. Das habe ich fertig. Kann ich da was machen? Du! Affe. Ne. Pfeil und Bogen kann ich nichts großartig pimpen, ne? Ne. Ne, da geht echt nichts. Ähm, was du schaust auf der Insel da hin? Nimm, guck mal. Ja. Vielleicht gibt's ja seit dem Updates irgendwelche Sachen da. Stimmt. Vielleicht so ein Teil von der, äh, von der Pistole da. Oh mein Gott. Wo man aufspringen kann. Würde ich mir mal vorstellen. Ist das dein Ernst? Jetzt, ach. Hm. Wirklich? Was ist? Ach, nichts. Oh Mann. Hier gibt es sogar was zum aufsprengen habe ich richtig gelegen habe und aber ich spreng es dann einfach mal auf Mit einer miet Juhu und 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 Munition und Part Teil 6 von 8 Da muss ich auch rüberkommen der abzug Müsste Ich habe schon gedacht dass die insel nicht so sinnlos einfach da platziert sind Jetzt können wir mal ein bisschen schneller schwimmen So Da hinten bist du Das Wasser ist echt gut gemacht Musch hier durchlaufen hier Ah Das 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 Du Arsch Oh Voll erschrocken habe Wie ich brenne Jetzt kriegst du noch irgendwann zurück Glaubst mir Oh Alter Da hat er eine beschissene Falle hängen gelegt Ich denk mir so Wie soll man denn sowas finden Da liegt es Ah Wo sehe ich das jetzt Wo sehe ich das jetzt Rot gehunden Cool Das ist ja jetzt echt cool Sollen wir den anderen Teil da hinten gleich holen oder Ja Ja Oder ich Der insel da hinten rüber habe ich Vielleicht ist auch was Könnte ja sein Hopp Haie gibts ja nicht ne oder wie war das Ähm Glaub schon Okay Bin aber nicht so sicher Hm wie man im Wasser nicht in sein Inventar schauen kann Nee Also ich hoffe mal es gibt keine Haie Also das hoffe ich ja mal auch Ja Warum bist du eigentlich immer so schnell Äh ich tauch unter Wasser gehts glaube ich ein bisschen schneller Fremd man nicht so gegen die Wellen an Ah Clever er ist So Hauptsache mal nicht ertrinken Hauptsache mal nicht ertrinken Bist schon auf der Insel ja ne Ähm gleich ja Naja so auf der Seite ist mal nix Und wusch Und wusch Arbeit er eigentlich schon ein Stückchen zum Schwimmen Sooo Jetzt haben wir es ja gleich Perfekt Perfekt Lauf mal da rein so ein Arsch Unfassbar Ne irgendwie gibt es hier gar nix Dann hat es sich sehr gelohnt hierher zu schwimmen Hat ja nur drei Stunden gedauert Ja 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 Lieber wenn man schaut nach und Das stimmt Und Das stimmt Und da ist was Und da ist was Was ist hier so Ach hier Moment Ne ist nur Schlamm oder Dachte grad irgendwie man kann da auch was aufspringen Da ist ja der Baum Ja da ist auch ein Teil Gehen wir auch gleich hin Zum Baum Oh warte Ein Snacky Schwimmen wir mal hinterher Schwimmen wir mal hinterher Oh Wie er wieder Gas gibt Das gibt es doch gar nix Wie kann man so schnell sein Ach meine Kündition ist weg Einmal wer grad schier erstickt Ganz vergessen Dass man noch atmen muss Oh Ganz rechts Muschi Klaus Hä Beide Da ist ja ein anderer neuer auch dabei Ach der fette Ja der fette Der mit dem ästlichen Fratze Oh ne Hey was machen die hier Waren die Urlaub oder Die haben ein Date am Strand Ne wenn ich jetzt da Dynamit hinwerfe dann Ach ne ist auch blöd Dann können wir oben das nicht mehr aufsprengen Das ist auch blöd Glaube ich mach Feuerpfeile Ja genau Ja Ja auf jeden Fall Ja Ja renn noch weiter Oh oh ne Was ist das für ein Rambock Ah rennen wir mal lieber weg Boah ist der fett Alter Aua Alter 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 What Der war gut Der ist effektiv Junge Ich lauf mal hoch Boah wie der voll schnell ist Ach ne oder Was soll denn das Der war gar nicht auf der gleichen Stelle Und dann hat er mich um Okay Ah der macht ja voll viel Er macht nur dem Leben Schaden Nicht dem Nicht der Rüstung Das ist gut Ähm 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 Jetzt bin ich betrunken zwar Aber egal Ich lauf mal zum Baum Und auch und dann ist er gleich bei mir wieder Bei mir hängt der gerade die Gange Bei mir bugt das gerade richtig Das gibt's doch nicht Aua 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 Nein Nö Nein Aus Warte jetzt die tollen Blumen Juhu Aua das gibt's doch nicht Der rennt mich die ganze Zeit um Dann muss er auch anlockt ne Wenn man ihn auch wieder anlockt Lass mich nicht Geh weg mit dem Sind die so schnell Geht's doch nicht Da kann man das aufsprengen Wie 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 machst du das mit Dynamit Ja muss aber erst mit L anzünden Und du sag's mir wenn du es hinwirst Ah nicht schon wieder Jetzt hat er mich schon wieder umgerannt Ich muss jetzt wieder Ähm Medizin nehmen Hat er dich nicht erwischt Ähm ähm C Ähm Weglaufen Ich hab noch eins in der Hand Oh Du hast halt mehr Ah der fettisch da unten Er kommt schon Uah Ach du er steht vor dir Oh shit Oh zack Haut er mich wieder um Ähm Ich würd erst mal noch in Medizin nehmen Weil er zieht immer so viel Leben Wursch Muschiglaus hin Der ist heim Der ist heim Der hat die Hat die Dicke da gelassen War wohl ein beschissenes Date Ich hab irgendwie das Gefühl Das Feuer bei dem gar nichts bringt Oder? Ah du hast ja schon gestorben Kann ich den drauf nehmen? Hä? Ah ne man kann die Pfeile haben Hast du die Pfeile? Das sind deine nicht Hey werd klar mit den Pfeilen Na meine Pfeile Ah ich hab sie Hast du? Kass Muschiglaus Weg oder? Der ist weg Was ist eigentlich das für eine Insel beim Boot? Hab ich noch gar nicht gesehen Die kleine Ich glaub da unten ist ein Höhleneingang Ich bin mir aber nicht sicher Ja stimmt Da hast du recht Glaub ich mal Zumindest Zwei von acht haben wir von der Waffe Ja Schön Bei der weißen Pfanne da hinten stand das andere noch Ja Wo wir dann auch eigentlich gleich hingehen oder? Aber ich guck jetzt schon nach da hinten ob da ein Höhleneingang oder so ist War der ein bisschen weiter vorne? Ist da bei dir was? Weil ich meine der war ein bisschen weiter vorne hier Ähm was meinst du? Der Höheneingang Achso ja ich guck mal hier Grad Ne irgendwie hier ist irgendwie Ne keine Ahnung Also auf meiner Seite ist irgendwie nix Meiner ist nämlich hier Ja Muschelklaus ist weg oder? Der Muschelklaus ist jetzt alleine los Doch Der Spezie Dann Tim Tim